Der Kindergarten Heiligkreuz in Rastatt, wir begrüßen ihn zur Stadtführung. Was ist denn das für ein tolles, großes Gebäude? Das Rastatter Schloss. Das Rastatter Schloss. Das Rastatter Schloss ist das erste große Schloss gewesen, das am Oberrhein gebaut worden ist. Und zwar haben die angefangen zu bauen im Jahr 1700, also vor über 300 Jahren. Und was war vorher? Vorher war ganz Rastatt zerstört worden. Wie viele Stockwerke hat das Rastatter Schloss? Zählt mal in der Mitte. Eins, zwei, drei. So, drei Stockwerke. Und jetzt drehen wir uns rum und gucken mal in die Stadt runter. Und wie viele Stockwerke haben die denn? Zwei. Zwei. So, und warum war das so? Warum hat das Schloss drei Stockwerke und die Häuser in der Stadt nur zwei Stockwerke? Weil kein Haus höher sein durfte als das Schloss. So, und jetzt gucken wir uns das Schloss wieder an. Was meint ihr denn? Wie viele Zimmer hat das Rastatter Schloss denn? Hundert. Hundert, ich halte mal den Daumen nach oben. Und dann, solange ich den Daumen nach oben habe, dürfte er immer weiter raten. Mehr. Einen. Hundert. Noch mehr. Hundert. Mehr. Hundert. Drei. Hundert. Hundert. Noch mehr. Drei. Hundert. Jawohl, prima. Fast 300 Zimmer hat das Rastatter Schloss. Und wer ist das denn da oben drauf? Wer ist das? Der goldene Mann. Der goldene Mann. Ja, so sagen die Rastatter dazu. Der goldene Mann. Das barocke Rathaus in Rastatt ist natürlich... Wer arbeitet denn da drin? Der Bürgermeister. Der Bürgermeister, ja, der Oberbürgermeister, der arbeitet da drin. Früher, als noch nichts elektrisch ging, da hat man alles mit Maschinen gemacht, die entweder aufgezogen waren oder andersweitig funktioniert haben. Und dieses große Gerät hier war im Kirschturm von Sankt Alexander ganz oben drin. Und das war die Kirschturmuhr. Jetzt geht's los. Achtung. So, jetzt geht der rechte los. Guck mal. Jetzt geht oben links. Eins, zwei, drei, vier. So. Jetzt geht die linke Seite los. Achtung. Und jetzt beginnt es gleich. Hier an der Murk, da wohnt der... Ludwig. Ruft ihn mal, ganz laut. Ludwig. Wer hat mich denn gerufen? Hier bin ich doch, hier der Ludwig. Hallo, guten Morgen. Und der Ludwig, wo wohnt der? Unten an der Murk oder oben an der Murk? Oben. Er kann ja nur oben wohnen, weil der sonst würde ja... nasse Füße bekommen. Weil wenn Hochwasser kommt, läuft doch seine ganze Bude voll. Die Rastatter Feuerwehr war eine ganz kluge Feuerwehr. Die hat überall auf den Speichern Wassereimer aufgestellt. Große Bütten, große Fässer. Und die waren alle gefüllt. Und dann schlägt nachts eine Kugel ein. Und genau hier, da, wo dieser Dachkantel runtergeht. Und die Männer, die hier gewohnt haben, springen alle hoch. Und gucken natürlich, was los ist. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie die Rastatter Feuerwehr damals vielleicht ausgesehen hat. So, Achtung. Jetzt kannst du den mal aufsetzen. Ja, geht das? So. Und dann brauche ich noch einen jungen Mann. Na, hier, den hier. Der kriegt den Helm auf. Und jetzt kommt ihr zweimal zu mir hier. So ungefähr kann ich mir die Feuerwehr, jetzt guckt mal, so ungefähr kann ich mir die Feuerwehr von damals vorstellen. So ungefähr war die Feuerwehr eingekleidet. Das sind Helme aus Frankreich, 100 Jahre alt, 70 Jahre alt. Und so hat man den Menschen geholfen, wenn es gebrannt hat. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und wir treffen uns wieder demnächst in Heiligkreuz. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.